Ich hab jetzt die ganze Zeit jetzt hier in welcher Milch und Kleexer stehen, aber ich komm nicht dazu, die zu essen. Sky. Sky gibt's nicht mehr. Sky... Oh man, Chris, ey. Georg, war deine Katze da grad wieder mit? Geil. Achso, ich dachte, das wär die Ingame-Katze. Nein! Es hat sich aber genauso angehört. Es war Felix. Das soll ich vergessen. Warte, guck mal, ob du's merkst. Ich hoffe, du bist schon. War das jetzt die Ingame-Katze? Nein. Ich hab grad übelst dieses Star-Wars-Feeling, Alter. Von Han Solo und seinem Sohn. Ähm. 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 Was? Wow, wow, wow. Was? Hier sterben ganz schön viele Leute. Was passiert hier? Ich hab mal Poppa-Hunt gespielt. Ich seh nur Leute runterfallen und sterben. Mäau. Okay, das ist Chris da unten. Chris, hab ich bisher niemanden gefunden. Wow! Das ist so. Was hättest du da? Ja, hier unten sind jetzt zwei. Ja, ich dachte mir schon, wenn die irgendwie runtergeschmissen werden, wird das ja wohl hier sein. Ja, und du bist oben. Ja, ja, haha, weil ich da hingegangen bin, um zu gucken, ob da jemand ist. Hier ist Georg, ist am, am, äh, am Vorhang. Okay. Ich glaube, Jordan ist es. Okay, da brennt es erstmal. Ja, jetzt ist die. Ja. 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 Ja, ich kann das überleben. Ah, hier bist du. Hä? Dicker, was zur Hölle? Hey, bin du, ey. Aber jetzt ist er wegen Christ geflogen! Aber Chris, wie bist du denn bitte da runter geflattert? Ich habe dich nur hochlaufen sehen, ich dachte zuerst du wärst Georg und hab deswegen mit der Shotgun drauf geballert. Ich dachte du wärst Georg und hab mit der Shotgun drauf geballert. Und dann warst du doch Traitor, voll gut. Das war immer richtig praktisch. Hey! Ähm! Wo? Was? Wie? Chris? Also hier brennt auf jeden Fall im Großen Saal was. Chris du lebst? Im Großen Saal? Ja, im Großen Saal, da brennt was. Ich seh dir. Ich bin jetzt auf meinem Overlook und guck, ob hier irgendwer ist. Ach, das macht Max. Ja. Ich höre da was. Oh nicht! Du schießt ja nicht auf mich, damit das mal klar ist. Oh nix? Oh nix. Wer ist da oben? Wer ist da oben? John. Nice. Alles klar. Habt ihr das gerade gehört? Bam, bam, bumm. Hey NPC. Ups. Er ist tot. Warum bist du so? Was? Äh, was war das? The vents have been poisoned, steht hier. The fuck? Oh, dann würde man sagen, nicht in den Lüftungsschacht gehen, ne? Ja. Wo ist denn hier überhaupt ein Lüftungsschacht? Merde. Wo? Hallo Felix, was geht? Wo? Was geht hier ab? Von wem kommt der Schuss? Der war von mir, ich hab aufm Fass geschossen. Aha. Ja. Da kann man jemanden darin einsperren. Ja, cool. Hier ist mich da nicht mehr dran. Wolltest du mich einsperren, oder was? Ah ne, das ist ein Traitor-Tester. Das ist ein Traitor-Tester, ja. Ah, er ist Inno. Fass. Okay, Max ist Inno. Wir haben gerade den ganz getestet. Ah, dann töte ihn noch. Was? Was? Du kannst nicht töten, wenn du Traitor bist. Ne, als Wache, weil er mich eben gerade getötet hat. Okay, ich tue den Kass. Alter, fucking Georg, ey. Ja, dann ist Felix aber Traitor, wenn er mich widet. Oh, es gibt einen Fahrstuhl. Klar. John. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab Stage Room gelesen und dachte, oh, da bin ich doch. Oh. 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 Du musst gerade kotzen, oder? Ja. Oh. 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 Hahahaha 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 Achja Hahahaha 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 Wow, hier ist jemand Bescheuert, ey Bäh Bäh Hahahaha Du warst nicht Achso Moment, was Hahahaha 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 War es super Wie steuert Hat sie gerade noch mehr innocence dran. Ich dachte jetzt, soll ich mit Traitor sein, oder wie? Nein. Ich dachte auch so, was hat er denn jetzt vor? Hat er denn dieses Item, was einen zum Traitor macht, oder so? Nein. Einfach Maxi, der will, nochmal zu töten. Ach so. Mann, 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 Mann. Aber wie, ey, mit dem Thomas, das hat er direkt ins Gesicht. Oh nein, oh nein, oh nein, jemand hat den Lüftungsschacht in Flammen gesetzt. Ich bin tot. Äh, äh, vergiftet. In Flammen gesetzt, ja, Mann. Aus mit! Max ist gemuted im Discord, what? Ja, damit gemutet sich klar, wenn er stirbt. Er wollte, dass wir seinen Schreien nicht hören. Ja, ich hab'n Traitor getötet. Ja, warum, aber wär's durch jetzt einfach so getötet? Georg, frag mal, warum? Das ist die Ironie. Ich hab' jetzt'n Thomas übrigens. Ach so. Der nächste Striter. Oh oh. Okay. Gut. Chris. Nein. hast du nicht gesehen weil ich habe es gar nicht gemacht ich bin runter gesprungen und dann habe ich geschossen ja ja was ist denn das denn hier achso die stühle und wir hatten mich vergiftet ich das war aber zufall ich habe einfach irgendwas aktiviert man könnte sagen es war random alter wie laut ist die katze hier drin fast auf dem teil der map war ich noch nie hier ist verloren geil ach so ich weiß wo ihr seid warte warte lass uns hin und her werfen ist hier schon kalt du kannst mich damit mitziehen hier brennt jemand georg brennt und er sagt nichts okay er hat so abrupt aufgehört zu reden jetzt habe ich noch wen sterben hören ja ich glaube georg ist gestorben ich glaube es könnte fertig sein und du was 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 Max, Alter, hast du's gesehen? Was? Alter, was ist mit dir? Felix untersucht auch erstmal die falsche Leiche. Was? Psst, halt die Fresse. Tschüss, Bitches. Oh Mann, Alter. Oh. 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 Vielen Dank.